Ja, meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingestellt habt zum neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute mit drei, vier Themen im Gepäck. Einmal, äh, einmalseits, einmalseits, wir machen einmal weiter, einmalseits. Marvin Dursch vorm Tief, Christian Groß, seine Zeit vorbei, Lia Gruff, überragend. Was ist mit Salifu? Und definitiv brauchen wir noch eine Offensivkraft. Über diese Themen möchte ich heute mit euch reden. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr direkt zu Beginn des Videos diesen Kanal unterstützt, indem ihr einfach nur ein kostenloses Däubchen nach oben drückt. 189 für, ne, 18,99, ihr wisst doch Bescheid. Die 189 Likes kriegen wir auf jeden Fall voll, denke ich mal. Und dann sprechen wir jetzt über ein paar Personalien und vor allen Dingen über ein paar Sätze, die mir gestern immer wieder geschickt worden sind. Gestern kamen immer wieder Nachrichten mit im Stream. Ihr werdet es mitbekommen haben, die Leute, die im Stream waren, haben ja dann einige den Stream von gestern gesehen. Ja, Christian Groß, es war erstmal so ein kleineres, was heißt in Sätzen, ein kleineres Erstaunen, dass Groß in der Startelf war, Ole Werner hat es im Nachhinein begründet, dennoch kamen ganz, ganz viele Nachrichten rein mit, sei es vorbei, man versteht das nicht und wieso macht man das und ich muss ganz offen und ehrlich gestehen, so ging es mir auch im Stream. Ganz klar, so ging es mir auch. Liga Ruev für mich einfach auf jeden Fall mehr als nur eine Nasenspitze vor Christian Groß. Ruev hat in letzter Zeit immer und immer mehr überzeugt, auch in der Hinrunde auch schon einige Spiele gehabt, wo wir gesagt haben, Alter, der hat einen richtigen Satz gemacht nochmal. Läuft unfassbar viele Räume zu, hat auch gestern, obwohl Groß als so eine Art feste Sechser gespielt hat, feste Station gespielt hat, hatte Groß einen mega kleinen Radius gehabt von Bewegungsabläufen. Wenn man das teilweise mal gesehen hat, wie er dann nur von links nach rechts marschiert ist und Ruev wirklich um ihn rum alles freigemacht hat. Sowohl beim Anlaufen, dann im Defensivverhalten, teilweise hinter Groß verteidigt noch. Also es war schon wirklich überragend, was Ruev da gezeigt hat und hat natürlich Groß absolut in den Schatten gestellt. Werner hat danach das Ganze begründet, weil er eben beiden so eine gewisse Art von Startelfpraxis oder beziehungsweise Wettbewerbspraxis geben wollte, dass sie beide auch nochmal so eine Art von 90 Minuten haben beziehungsweise wie in einem Bundesligaspiel, dass man das deswegen gemacht hat und weil man das letzte Spiel eben doch nicht zweimal 60 Minuten, sondern nur zweimal 45 Minuten gemacht hat, dass das eben der Grund dafür war, um eben beiden nochmal diese Mehrspielzeit zu geben. Aber dass einige Entscheidungen auch noch offen sind für Köln, das macht mir zumindest Mut und Hoffnung, dass einer dieser Entscheidungen definitiv ist, Christian Groß raus aus der Startelf zu nehmen. Für mich schon lange überfällig, jeder von uns. Und ich möchte nochmal, es gibt ja immer wieder ein 2, 3, 4 Bremer, die dann auch, von meinem Gefühl aus, sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, wenn man einen Spieler kritisiert oder so. Aber Christian Groß, also meiner Ansicht nach, gönnt jeder, jeder Werderaner, jeder Bremer, gönnt Christian Groß seinen Späterfolg, dass er eben dann jetzt, ich sag mal, im Herbst seiner Karriere doch nochmal Bundesliga-Profi geworden ist, dass er uns in der 2. Liga geholfen hat, dass er uns davor geholfen hat. Aber in dieser Saison, finde ich, wird es immer wieder auch deutlich, dass Christian Groß in vielen Belangen einfach nicht tragbar ist in unserem Mittelfeld. Er ist oftmals zu langsam, hat auch in allen Vorbereitungsspielen jetzt immer wieder viel Pässe drin gehabt, zu wenig Kraft, zu unkonstant. Nicht nur zu langsam in der Endgeschwindigkeit oder im Sprint, sondern auch vom Kopf teilweise, sieht die Sachen zu spät. Wie gesagt, sein Bewegungsradius gefühlt wird auch immer kleiner. Das habe ich auch nicht verstanden. Gruev trumpft richtig auf, das muss man so sagen. Gruev wirklich überragend. Wie gesagt, ich möchte hier auch nochmal ganz klar sagen, dass es jetzt nur meine Sicht der Dinge ist. Es soll jetzt auch kein Hate oder sonst was gegen Christian Groß sein. Aber für mich persönlich ist seine Zeit in der Startelf absolut vorbei. Ich würde es begrüßen, wenn er weiterhin in der Rückrunde auf der Bank eine Option ist. Ich fand auch zuletzt, wo er am Ende der Hinrunde immer mal eingewechselt wurde, ich glaube zweimal war es, ein-, zweimal war es der Fall, zweimal war es, glaube ich, der Fall, da fand ich, hat er Sicherheit reingebracht. Das kann auch wirklich funktionieren, wenn du dann einen 33-Jährigen nochmal reinbringst. Dann bringt er eben nochmal so ein bisschen Sicherheit, so ein bisschen Ruhegefühl. Und das ist auch gut. So habe ich Christian Groß auch gerne auf der Bank jetzt in dem halben Jahr jetzt noch. Aber eben nicht in der Startelf. Das ist meine persönliche Meinung. Vor allem, wie gesagt, im Hinblick, im Februar wird Christian Groß jetzt auch 34 Jahre. Wie gesagt, das ist halt einfach jetzt auch mittlerweile so eine Sache, wo ich sage, es sind so viele Aspekte. Es ist ja nicht mehr nur eine Sache oder so. Es sind so viele Aspekte, die dagegen sprechen. Daher bitte Groß raus und Ruhef fest auf die Sechs und den wirklich weiter und immer weiter ranführen. Ruhef hat mittlerweile seinen Markt wieder auf drei Millionen gesteiert, ist 1,85 groß, 22 Jahre jung, hat noch ganz, ganz viel vor sich, trumpft absolut, wie gesagt, auf. Überzeugt sowohl als Sechster auch als als Achter. Aber auf der Sechs haben wir eben mehr Bedarf, weil wir eben auf der Acht immer noch die Möglichkeit auch haben, mit Stay zu spielen. Der eigentlich im Testspiel gegen St. Gallen war, glaube ich, hat der mir eigentlich ganz gut gefallen. Also da fand ich, hat das ganz gut geklappt mit Stay und Bittencourt. Die erste Halbzeit lang. Würde ich gerne auch gegen Köln sehen, sowas. Aber was ich auch zum Beispiel gestern nicht gestanden habe, wenn es auch gerade geht um Wettbewerbspraxis und Minuten. Ich meine, wir wollen, dass Salifu in der Rückrunde eine richtige Option wird. Dann hat mich das schon gewundert, dass er gar keine Chance bekommen hat. Natürlich ging es um einen Härtetest und es ging auch darum, wirklich zu sehen, okay, was machen wir dann jetzt gegen Köln und Richtung Startelf und so weiter. Aber Salifu hätte man da mit Sicherheit auch in der 75. um den Dreh bringen können im Mittelfeld, weil man eben das ja auch eigentlich testen wollte oder auch testen will. Wenn man sagt, Salifu soll in der Rückrunde eine Option sein und weil Rappo gegangen ist, will man keinen Ersatz, weil man hat ja einen Bom und Salifu. Und ein Bom ist nun mal gerade der Weiser-Backup. Solange Agu weiter verletzt ist, dann hätte das für mich schon viel Sinn gemacht, Salifu auch gegen einen Bundesliga-Gegner einfach mal reinzuschmeißen. Hätte ich auf jeden Fall gut gefunden. Ist nicht passiert. Dennoch hoffe ich, dass Salifu seine Bundesliga-Minuten sammelt, dass er Bundesliga-Chancen bekommt, dass wir ihn wirklich auch ranführen. Wir wüssten ja mittlerweile auch, dass Ole Werner sehr auf, wie soll man es sagen, Sicherheit und eingespielte Sachen steht und auch immer wieder betont, dass viele noch keine Bundesliga-Erfahrung, keine Bundesliga-Spiele haben, keine Bundesliga-Erfahrung haben. Aber dann muss man halt diese Talente auch zu Bundesliga-Spielern machen und entwickeln. Ja, und das gilt halt dann auch für Leute wie Salifu oder auch Kiarodia, die von hinten aus drücken, die man eben dann ranführen muss, wenn es denn eben auch spielsituativ passt. Gestern im Testspiel wäre für mich so ein Moment gewesen. Aber gut, man hat sich dafür mehr auf das Einspiel entschieden. Ich bin gespannt, wie die letzte Trainingswoche, was das angeht, weiterläuft. Denn Ole Werner hat ja auch gesagt, es gibt eben ein paar Spieler, wo man auch allgemein jetzt nochmal guckt in die letzte Trainingswoche und dann auch entsprechend Entscheidungen trifft für die Startelf gegen den 1. FC Köln. Ich meine, viel geiler geht es ja auch für uns nicht. Eine englische Woche, nach so langer Zeit keine Bundesliga, kommt direkt eine englische Woche. Das heißt Vollgas, Vollgas, Vollgas. Und wir haben auch noch direkt das Samstagabend-Topspiel. Also viel geiler geht es ja auch nicht. Das ist ja wie gemacht, um eben dann auch die Jungs aufblühen zu lassen. Und apropos aufblühen zu lassen, da sind wir auch beim nächsten Kandidaten, der in der Vorbereitung eher weiter, ich will jetzt gar nichts so schlecht sagen, aber weiter in seinem Formtief abhängt oder seinem Formtief verstärkt hat. Eher so könnte man es vielleicht sagen. Marvin Dug, ich habe ihn mehrfach auch schon auf diesem Kanal gelobt. In der zweiten Liga sowieso. Aber auch hier in der ersten Liga habe ich oft gesagt, er macht viel für die Mannschaft, er macht Wege für die Mannschaft. Er ist auch eher der Typ, wo du auch mal sagen kannst, die könntest du eigentlich auch hinter den Stürmern spielen lassen, weil er eben eher der technischere Spieler ist und der, der auch ein Auge für Mitspieler hat. Plus, darf man ab, auch nicht so gefährlich im Sechzehner ist, muss man auch sagen. Marvin Dug ist eben nicht der Torgarant irgendwie im Sechzehner, der dafür über die Tore steht. Aber er ist halt jemand, der trotzdem torgefährlich ist. Und gerade auch Sechzehner-Kanten oder außerhalb des Sechzehners, so mit Innenriss, so einen Schnitt kannst du dir immer gut vorstellen bei Marvin Dug. Absolut, aber momentan im Formtief, hat Megaprobleme scheinbar mit der Ballannahme, Ballmitnahme, immer wieder technische Mängel, da auf einmal keine Ahnung, was da jetzt zuletzt war, ob er wirklich einfach platt war und deswegen das irgendwie nicht so ganz auf die Reihe bekommen hat. Aber auch teilweise komplett abgetaucht, wirkte dann irgendwie auch so teilweise ein bisschen kraftloser, sage ich mal. Gestern gab es auf jeden Fall eine Situation, wo Lücke hätte rüberlegen müssen, dann wäre es vielleicht auch mal was anderes wieder gewesen für Marvin. Aber so hängt er halt so ein bisschen im Formtief schon ab. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, warum ich das jetzt hier überhaupt mit reinbringe. Ich finde, gestern hat man eine Sache auch absolut wieder sehen können, wenn, und jetzt stellt euch mal vor, und Marvin Dug ist gerade im Formtief, und wenn dann Lücke mal nicht funktioniert, oder geschweige denn, dass einer der beiden sich noch verletzt, haben wir absolut keine Offensiv-Power dahinter mehr. Wir haben nur einen Ehren-Dinchy, wo wir immer wissen, der ist sehr, sehr verletzungsanfällig, der kann immer wieder auch mal ausfallen, auch mal länger ausfallen. Das ist keine Überraschung, das ist auch kein Vorwurf von Dinchy oder sowas jetzt gerade, aber es ist nun mal etwas, womit du mitrechnen musst. Oliver Wirk gerade muskuläre Probleme, soll wohl im Laufe der Woche wieder einsteigen, dass er für Köln eine Option wird. Mal gucken. Dennoch hast du dann keine Option. Also in einem Fall wie gestern, hast du nur ein Dinchy auf der Bank, und hast am Ende gesehen, dass Durkisch und auch Füllkrug eigentlich keine Power mehr hatten, weil du eben im Doppelsturm, du kannst nicht 90 Minuten lang durch Gas geben und jeden Konter dann durchlaufen vorne. Irgendwann geht halt eben nun mal auch die Kraft aus, und dann brauchst du eben auch neue Offensivkräfte, die dann eben mit agieren vorne, und wir haben da gar keinen. Romano Schmid ist verletzt. Niklas Schmidt kann wenigstens ein bisschen Offensiv-Power aus dem Mittelfeld heraus machen, aber das war es dann halt auch. Dann hast du nur ein Dinchy. Koller wurde abgegeben, nachdem er ja auch gar keine Einsatzchancen hat sie jetzt in der Hinrunde. Das war ja auch klar, das haben wir hier auf dem Kanal mehrfach schon diskutiert, dass Koller da auch abgegeben wird, oder dass das extrem wenig Sinn macht, ihn weiter auf der Bank zu lassen. Aber gar keinen Offensivspieler zuhören ist für mich echt erdrückend, wenn ich mir dann vorstelle, dass die Rückrunde eben länger werden kann. Und wir haben so viele Leute, die auch immer wieder betonen, das ist ja auch so, es geht jetzt vor allen Dingen erstmal um den Klassenerhalt. So, und es ist nun mal so, den Klassenerhalt, da ist noch ein ganz schön langer Weg zu gehen. Und wenn dann eben auf bestimmten Positionen Leute ausfallen, dann wird es ganz, ganz eng. Und auch Ole Werner hat das jetzt mehrfach auch schon betont gehabt, dass wenn eben ein, zwei Leute fehlen, dann ist der Kader eben einfach nicht breit genug. Und für mich ist das auch die qualitative Breite in bestimmten Positionen. Wie gesagt, Argo-Ausfall kann man jetzt vielleicht mit einem Bomb kompensieren, weil er eben nur den Backup machen muss. Wenn aber Weise auch verletzt ist, dann ein Bomb in der Startelf wäre auch so eine Geschichte, wo man wieder sagt, oh weh. Aber gut, da hast du hinter Weise. Aber in der Offensive sieht das mega mau aus. Also wenn in der Offensive sich wirklich jemand jetzt noch verletzt, dann wäre das eine absolute Tragödie für uns. Genauso wie auch, wenn Bittenkurt sich noch verletzt. Müssen wir auch ganz ehrlich sein, weil dann sind beide kreativen Paare daraus. Also Romano Schmid und Bittenkurt, das können wir uns einfach gar nicht erlauben, wenn beide ausfallen würden in der Startelf. Das wäre aktuell einfach extrem bitter für uns alle. Ja, das muss man hier auf jeden Fall mal gesagt haben. Daher nochmal auch hier von meiner Seite aus, also ich hoffe, hoffe wirklich. Ich weiß, dass die Zeichen dafür jetzt nicht gerade auf einem rosanen Stern stehen. Aber ich kann einfach nur hoffen, dass man sich weiter mit Leuten beschäftigt, die vielleicht ablösefrei zu haben sind, per Laie zu haben sind, die vielleicht so eine Option werden, wie auch mit Schweizer, wo es eben keinen Interessenten gibt und man auf den letzten Drückgang vielleicht noch was machen kann. Das ist ja eben nun mal so, dass die Vereine hoffen bis Richtung Deadline Day, dass da vielleicht irgendein Verein nochmal kommt. Und wenn sich keiner meldet, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo Werder vielleicht auch zuschlagen muss. Werde ich morgen auch nochmal zu zwei, drei Optionen was sagen, die im Winter uns sofort helfen könnten, die vielleicht genau so eine Option werden können, wenn es keine Interessenten gibt, aber eben Spielzeit brauchen, die uns aber dann helfen können. Weil für mich persönlich, eigentlich brauchst du einen Stürmer, der extrem treffsicher auch ist, also der, den du problemlos auch in die Startelf stellen kannst, aber der im Idealfall, wenn alle fit sind, auch dahinter noch spielen könnte, weil er technisch stark genug ist. Das wäre so die Optimalbildbeschreibung, glaube ich. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Wir haben jetzt einige, ja, einige Punkte gerade gehabt, über die ich gestern einfach nochmal sprechen wollte nach dem Spiel. Wie gesagt, es waren viele Nachrichten, die gekommen sind, wegen Groß und Ruhe und auch Dux, wegen dem Formtief. Salifu wollte ich auch nochmal kurz aufgreifen. Und das ist so praktisch mein Nachtrag nochmal zu gestern. Bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich bin jetzt erstmal raus, wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag. Bleibt bitte gesund. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Morgenabend natürlich auch wieder der Stammtisch. Also Montagabend, Stammtisch. Ich freue mich sehr drauf.